22.000 Rotkreuzschwestern pflegen und versorgen in eigenen Einrichtungen und Krankenhäusern des Gesundheits- und Sozialwesens kranke und pflegebedürftige Menschen. In den insgesamt 48 Krankenhäusern des DRK werden so jedes Jahr 300.000 Menschen versorgt. Und die Schwesternschaften sammeln jährlich Spenden, um die Auslandseinsätze des DRK zu unterstützen. Und ich helfe Ihnen dabei. Vielen Dank.